hallo leute und willkommen zu einem relativ spontanen info video und zwar werde ich in circa einer halben stunde also um 19.30 einen test live stream in anführungszeichen starten also ein live stream in dem ich vielleicht so ein paar sachen wie red orchestra oder battlefield oder warfunder oder sowas spiele einfach nur zu testen wie weit ich denn mit meinem live streamen gehen kann also wie viel internet ich zuweisen kann etc aber so viel kann ich schon mal sagen ich kann circa zehn fache von dem was ich vorher geleistet habe live stream also pixel prei gehört jetzt der vergangenheit an und ja es wäre natürlich nett wenn ein paar leute zuschauen einfach nur dass sie rückmeldung geben können deswegen mache ich auch das info video also wenn ihr zeit habt könnt ihr in circa ja wenn es wiederum ist circa 30 minuten mal auf unserem twitch kanal vorbeischauen link ist natürlich in der beschreibung und ja bis dahin ciao leute